Und ich muss mir große Mühe geben, das in einer Tonlage zu schildern, die nicht gewissermaßen zur Explosion führt. Deshalb führen wir Krieg, titelte auch die Presse und veröffentlichte die Bilder Scharpings. Doch seine eigenen Experten wussten es schon damals besser. Dies war kein Massaker an Zivilisten aus dem geheimen Lagebericht. Verschlusssache. Nur für den Dienstgebrauch. Am 29. Januar 1999 wurden in Rugovo bei einem Gefecht 24 Kosovo-Albaner und ein serbischer Polizist getötet. Also ein Gefecht. Kein Massaker an Zivilisten, wie der Verteidigungsminister behauptet. Diese Fernsehbilder, aufgenommen von einem westlichen Kamerateam unmittelbar nach den Ereignissen in Rugovo, liefern Hinweise, wie es tatsächlich war. Gewehre neben toten Albanern, die angeblich Zivilisten waren. Die Toten tragen Militärstiefel. Sie haben Mitgliedsausweise der UCK und tragen deren Rangabzeichen. Doch wurden diese Bilder vielleicht arrangiert von den Serben und vor dem Eintreffen der westlichen Kamerateams? Bei dem Beispiel Rugovo, auf welche Quellen haben Sie sich dabei berufen? Auf OSZE-Beobachter, die als erstes am Ort waren. Waren diese Schilderungen, die damals gemacht worden sind, zu den Vorgängen in Rugovo, aus Ihrer Sicht heute korrekt und sind nach wie vor so glücklich? Ja, die sind völlig korrekt. Der erste OSZE-Beobachter vor Ort war dieser Mann ganz links im Bild. Es ist der deutsche Polizeibeamte Henning Hentsch. In jedem Fall ist richtig, dass der Verteidigungsminister noch am Tage der ersten Veröffentlichung, die ich selber auch gesehen habe, in der deutschen Welle, von mir darüber in Kenntnis gesetzt worden ist, dass die Darstellung, die da abgelaufen ist, so nicht gewesen ist. Sein offizieller Ermittlungsbericht zu Lugovo. Das Ergebnis? Kein Massaker an Zivilisten. Am Tautort fanden wir einen roten Van, zerschossen, offenen Scheiben und insgesamt 14 Leichen in diesem Fahrzeug und drei Leichen lagen außerhalb des Fahrzeuges. In der Garage genannten Stallung auf der Rückseite der Famian befanden sich fünf UGK-Fighter in den typischen Uniformen, den dunkelblauen, dunkelgrün oder grün eingefärbten Uniformen, die dort in zehn Zentimeter hohem Wasser lagen. Und dann ging es noch etwa 300 Meter weiter zu einem zweiten Tatort, in dem wir wiederum vier Leichen fanden. Und darüber hinaus sind die Leichen, die der Verteidigungsminister zeigen ließ, dort von den serbischen Sicherheitsbehörden und von mir und meinen beiden russischen Kollegen abgelegt wurden, weil wir sie von den verschiedenen Fundorten oder Tatorten zusammengesammelt hatten. So also entstanden diese Bilder einer angeblichen Exekution, die Minister Scharping präsentierte. Bilder, die mit den tatsächlichen Ereignissen nichts zu tun hatten. Es war auch ganz klar, dass das kein Massaker an der Zivilbevölkerung war, denn nach den OSZE-Berichten haben Kommandeure der UGK ja selbst gesagt, es seien Kämpfer für die große Sache der Albaner dort gestorben. Also zu einem Massaker hat es eigentlich der deutsche Verteidigungsminister dann interpretiert. New York, April 1999. Während Scharping von einem Massaker berichtet, dass keines war, und von einem KZ, das es nie gab, war der Kosovo-Krieg weiter in vollem Gange. In Deutschland wie in den USA wurde für diesen Krieg Stimmung gemacht. Das war auch notwendig, denn der Krieg der NATO war völkerrechtswidrig. Nur die Vereinten Nationen, deren Hauptquartier hier in New York ist, hätten ein Mandat für den Angriff geben dürfen. Doch dieses Mandat hat es nie gegeben. Damals herrschte Hochbetrieb für das Wachpersonal der UNO. Immer neue Regierungsvertreter trafen im Hauptquartier der Vereinten Nationen ein. Immer heftiger wurden die Auseinandersetzungen hinter verschlossenen Türen. April 1999. Bei den Vereinten Nationen wird um den Krieg gestritten. Zur gleichen Zeit fliegen NATO-Bomber bereits Angriff um Angriff. 6.000 Mal. Und immer ohne UN-Mandat. Ganz überraschend ist es nicht. Denn bei den Vereinten Nationen kennt man nicht erst seit heute die amerikanische Regierungspolitik und deren kaum verhüllte Geringschätzung der Vereinten Nationen. Bereits 1993 hatte US-Präsident Bill Clinton die Grundzüge dieser US-amerikanischen Außenpolitik in einem geheimen Regierungsdokument festgelegt. Der Titel, mit den Vereinten Nationen, wenn möglich, ohne sie, wenn nötig. Die NATO, heißt es darin, soll die Entscheidungskriterien für die UN festlegen und nicht umgekehrt. Der Kosovo-Einsatz ohne UN-Mandat. Das ist ein klarer Bruch des Völkerrechts. Der deutsche Verteidigungsminister hat ihn mitgetragen. Doch warum? Ein wichtiger politischer Berater der US-Regierung, Wayne Mary, hatte Zugang zu den geheimen Planungsunterlagen der US-Regierung. Manche Regierungsleute aus dem Außenministerium reden davon, dass Kosovo nur der Auftakt ist für zukünftige Kriege der NATO, die noch viel entfernter sein werden. Für Washington ging es nicht um die Demonstration der amerikanischen Führungsrolle in der NATO. Die wurde nie bestritten. Man wollte zeigen, dass die NATO überhaupt noch einen Zweck hat. Und dieser Zweck ist etwas ganz anderes, als die rein defensiven Aufgaben, für die die NATO gegründet wurde. In diesen Räumen tagt der NATO-Rat. Soll die NATO der neue Weltpolizist werden? In den USA vielleicht eine selbstverständliche Vorstellung. Doch der deutschen Öffentlichkeit wäre die nur schwer zu vermitteln gewesen. Zumal der Kosovo-Krieg inzwischen immer heftiger kritisiert wurde. Vor allem, nachdem NATO-Flugzeuge die militärischen Ziele der Serben verfehlten und versehentlich Flüchtlingstrecks angriffen. Kollateralschäden nennen dies die Militärs. Besonders in Deutschland wurde die Öffentlichkeit gegenüber der NATO-Politik spürbar kritischer. Anfang April 1999 im NATO-Hauptquartier. Jetzt war Schadensbegrenzung gefragt. Nach dem Angriff auf den Flüchtlingskonvoi bei Djakovica, dem ersten Unfall des Krieges, fiel die öffentliche Zustimmung in vielen Ländern, auch in Deutschland, um 20 bis 25 Punkte. Wir mussten sechs Wochen hart arbeiten, um die öffentliche Meinung zurückzugewinnen. Milosevic machte den Fehler, die Flüchtlinge aus dem Kosovo nach Albanien und Mazedonien zu treiben. An der Grenze waren Fernsehteams, die das Leiden filmten. Und so stellte sich die öffentliche Meinung wieder hinter die NATO. Und das sind die Fernsehbilder, die NATO-Sprecher Jamie Shea meint, und die den entscheidenden Fehler Milosevic im Propagandakrieg dokumentieren. Bilder albanischer Flüchtlinge an der jugoslawisch-mazedonischen Grenze. Jeden Abend und in jeder Nachrichtensendung war es nun zu sehen. Leid, Flucht und Vertreibung. Doch in Deutschland haben diese Bilder offenbar nicht ausgereicht. Jetzt hieß es, von langer Hand hätten die Serben die Vertreibung dieser Menschen und die ethnische Säuberung des Kosovo geplant. Mord und Vertreibung im Kosovo erhielten einen Namen. Operationsplan Hufeisen. Ich will Ihnen ausdrücklich auch für morgen ankündigen, eine genaue Analyse dessen, was sich auf der Grundlage des Operationsplanes Hufeisen in den Monaten seit Oktober 1998 im Kosovo vollzogen hat. Er zeigt sehr deutlich, dass in klar erkennbaren Abschnitten die jugoslawische Armee, die jugoslawische Staatspolizei begonnen hat in der Zeit von Oktober bis zum Beginn der Verhandlungen in Rambouillet, die Vorbereitungen für die Vertreibung der Bevölkerung nicht nur zu treffen, sondern diese Vertreibung auch schon begonnen hat. Er zeigt im Übrigen sehr deutlich, dass systematische und ebenso brutale wie mörderische Vorgehen das seit Oktober 1998 geplant und seit Januar 1999 ins Werk gesetzt worden ist. Dies sollte der Operationsplan sein. Wie ein Hufeisen umschließen serbische Truppen albanische Zivilisation.